Vor 2-3 Tagen, erst in der Darkzone, bei einer ganz bestimmten Treppe. Das kann man auch sehen, wie mein Körper noch irgendwo hinglitscht. Egal wo ich reingegangen bin, ich hatte das die ganze Zeit. Du hast dich bestimmt einfach nur zwischen die Leiter geportet, versehentlich. Ey, das war so nervig, weißt du, da willst du die Erweiterung endlich mal spielen, 1.1, und dann kriegst du sowas, so, du aushalten des Bereichs, ganze Zeit. Was? Äh, Leute? Ja? Ich hab nen Unfall gehabt. Womit? Geh mal auf den Stream, ohne Witz, ich lass das nur paar Minuten laufen. Ach, du streamst das selber, ne? Ja, ich wollte ihn geradeaus machen, aber das dann lass ich noch mal 5 Minuten an. Okay. Das hab ich noch nie gesehen, sowas. Ja, das ist... Das... Ein Unfall? Das ist kein Unfall mehr. Das ist gut, Alter. Schick das Ubisoft, Alter. Ja, Ubisoft, das passiert mit mir. Scherf ich, Alter. Ach, Alter Schädel, Mann, ey. Ich bin gar nicht da. Krass. Ich brauch nen Arzt. Du brauchst keinen Arzt mehr. Jetzt zu spät. Das packt raus auf. Das hilft nix mehr. Vor allem, vor allem... Zwangstöchung, Zwangstöchung. Vor allem, meine Brust... Wie ein Laserpointer, zieht doch irgendwo hin. Guck, ich steh da vorne an dich. Du siehst mal richtig kacke aus, Alter. Das sind mega harte Nippel, ey. Desastiert. Da hilft nur noch Zwangstöchung, echt ohne Scheiße. Die Füße fallen mir jetzt erst auf. Wo sind denn die Knie abgeblieben? Ich hab drei Beine, ne? Das ist, äh... Ja. Ja. Ja, nee, das ist eigentlich so. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Ich fang mal bei Nike-Bot. Ähm, Nike-Bot. Mega geil, Alter. Das ist ja mega cool. Da füge ich jetzt einen Screenshot. Das nenne ich Unfall, ja? Pff. Unfall? Ja. Kommando, Custom. Custom. Add-Command. Aufrufezeichen. Unfall. Es ist kein Unfall. Es ist kein Unfall mehr. Das ist... Wie hieß das? Das ist ein Biscuit-Bot, die da einfach nur dasteht, Mann. Wie hieß das? Wie hieß das in der Werbung immer... Guck mal, was ist mit Anton? Oder wie hieß das? Keine Ahnung. Das Kaninchen. Das, äh... Mann, ich hab so ewig kein Fernseh mehr geguckt. Ach, man, die hieß mit dir Vio. Was hat ein Werbung? Ja. Was ist denn mit, äh... Was ist denn mit Anton los? Nee, er hat irgendwas anderes gesagt, noch davor. Ach... Mit... Was ist mit Hasi los? Mit Hasi los? Was ist mit Hasi los? Ja, Hasi. Heißt der. Ja, das ist doch ein Hase. Wo er dann diesen Ball... Diesen... Den Luftballon am Kopf rubelt und dann... Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Ach, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Nee, ich... Ich hab grade gegoogelt. Ach so. Irgendwas stimmt mit Nappa's Charakter nicht. Irgendwas stimmt mit Nappa nicht. Und dann hinter den Screenshot. Sehr gut. So, mal ausprobieren. Ja. Läuft. Alter. Ey, guck mal, selbst die Rappen sehen besser animiert aus als du. Im Moment. Die Seine Beine sind irgendwie gefühlt so... Zehnfach gebrochen? Zehnfach? Nicht Zehnfach. Tausendfach. Ich glaub, da ist alles gebrochen. Da ist nix mehr eine. Der wurde irgendwie aufgeschnitten irgendwie. Oder gedehnt. Keine Ahnung, ey. Der war so ein bisschen... Der war doch so ein bisschen an diesem... Wie heißt das? Wie hat man das genannt? Diese Streckbank früher. War ein bisschen lang drin. Vor allem der Holz da rechts noch mit der Pistole. Ist das deine... Ist das deine Pistole, was sozusagen dein drittes Bein ist? Ich weiß es nicht. Das ist mein Penis, Mann, ey. Ja, sag doch. Das ist, wenn ich das Gummi wegschnall. Der ploppt da da so weg. Flü... Da fliegst bestimmt nicht. Mit seinem Kopf einfach nur geiler. Mit seinem Kopf verdenkt. Der Kopf ist ein Stück weiter nach links als der Körper. Der Kopf ist nur meiner Link, damit ich an meinen Nippel vorbeigucken kann, Mann, ey. Das ist scheiße. Volley. Volley, wo sind meine Arme? Wollen wir die ganze Zeit diesen Missgeburt angucken, oder was? Ey, das war besser als die Tags in der letzten Stunde, ja? Wo sind meine Arme? Deine Arme? Deine Arme? Das sind diese komischen, langgezogenen, schwarzen Arme? Ne, einer hängt links runter. Ich glaube, das ist mein Penis. Ja. Ne, ohne Witz, das ist die Hand. Ich glaube, das ist die Hand. Alter, wenn der sich komplett mit Blut gefüllt hätte, dann müsstest du blutarmen sein und tot. Das speichere ich als Highlight. Mein erstes Highlight. Highlight, alle geilen sich dran auf.